Hi, oder auch Peace und herzlich willkommen zurück auf Ich habe das Geld wie immer mit mir und heute zu einer frischen und saftigen Reaction auf TJ, Beast Boy, Oh Yeah und Psycho Wahnsinn Hoch 2. Also ich glaube Psycho und Wahnsinn Hoch 2 ist der zweite Titel, I don't know. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall tiefe Augenringe, obwohl ich irgendwie elf Stunden gepennt habe, aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur überschlafen. Es ist auf jeden Fall noch frühs, ich mache das jetzt hier noch fix vor Arbeit. Also nicht wundern, warum ich aussehe, wie ich aussehe. Ja, Words. Okay, ich muss mir das gleich mal ein bisschen lauter machen. Ich musste das volle Hörerlebnis haben. Hallo, volles Hörerlebnis bitte. Danke. Boah, ich finde es auf jeden Fall bis jetzt sehr cool. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, wie ähnlich es zu seinen Sachen ist, die er jetzt sonst so macht, weil ich weiß nicht, ich höre halt actually kein TJ, Beast Boy. Bitte hatet mich dafür jetzt nicht, weil ich eure Favorite Artist nicht höre oder so, wenn ihr das seht. Ähm, aber bis jetzt fände ich auf jeden Fall sehr smooth. Ich glaube, das kann man sich auch, also es ist auch so ein Song, der einfach fix ins Ohr geht, den man schnell mitsingen kann, gut für Turnup, auf Konzerten wahrscheinlich auch gut für Moshpit, obwohl ich nicht weiß, ob es bei TJ Beast Boy Konzerten Moshpits gibt. Ich war einmal bei dieser Shockwave-Tour damals und, och dicker, wir haben probiert, zu fünften Moshpit zu starten und die ganzen 14-Jährigen haben uns blöd angeglotzt nach dem Motto, was ist das, was soll das, lasst uns, wir wollen hier irgendwie unsere Idole sexualisiert ankreischen. Äh, war auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Also war an sich ein cooles Konzert, so war auch nice, aber, keine Ahnung, diese ganzen übertriebenen Fan-Kiddies, die Schreianfälle bekommen haben, allein weil irgendwie Luna oben so, so, da oben war halt so ein Ding, so ein Aufenthaltsding und Luna ist da so lang gelaufen und die haben die so hart angeschrien. Ich dachte mir so, Bro, Leute, reißt euch. Es ist einfach nur ne Frau, fuck, Alter. Aber ja, ähm, vielleicht gibt's heutzutage bei TJ Beast Boy Konzerten Moshpits. Vielleicht auch immer noch nicht. Vielleicht sind da immer noch nur schreiende Fan-Kiddies. I don't know. Uh, uh, der Flow war grad sehr schön. Der war auch so melodisch. Es war halt, es war jetzt mehr, mehr halt schon noch gefloat, aber es war auch sehr, sehr melodisch. Das klang super schön. Boah, voll geil. Uh, das sieht auf jeden Fall auch sick aus. Ich find den so lustig, wirklich. Also, auch wenn ich ihn gar nicht mehr verfolge, so, es ist jedes Mal irgendwie sweet, auf was zu reacten, so, weil, keine Ahnung, so, dieser Mann begleitet ja wahrscheinlich auch viele Leute, die so in meinem Alter sind, schon seit Jahren, so, I don't know, wer nicht damals irgendwie What the Fact und sowas, äh, geschaut hat und damit irgendwie aufgewachsen ist. Also, gibt's auch, aber, das glaub ich bei vielen Leuten in meinem Alter, dass das alles irgendwie schon so eine jahrelange Sache ist mit diesem Mann. Und dann Dead Adam. Digga, Dead Adam war unglaublich cool. Also, das war wirklich unglaublich fucking cool. Und, keine Ahnung, früher haben das so voll viele Leute so übergehatet, aber die haben so krasse Musik da schon gemacht. Das war heftig. Heftig. Aber ja, gut, jetzt ist mal weiter hier. Okay, das sieht so ein bisschen bescheuert aus, aber es ist schon, schon lustig. Also, die Schuhe sehen gar nicht so kacke aus. An ihm, muss ich ehrlich mal sagen. Also, ich finde diese Schuhe so unglaublich scheiße hässlich. Also, das sind wirklich so ugly-ass Schuhe. So, also, I don't fucking know. Wer sich was dabei gedacht hat. Ähm, aber ich finde, bei ihm gehen sie schon ein bisschen hard. So, und auch allgemein, ich finde es so krass, wie er sich musikalisch halt einfach über die Jahre auch weiterentwickelt hat. Also, vor allem rap-technisch so. Ähm, das ist schon sehr nice zu sehen. Allgemein habe ich das Gefühl, also, er wirkt irgendwie so, als ob es ihm gut geht. So, als ob er Spaß hat. Und das, das ist doch schön. Stimmt, der hat ja auch ein Kind. Ach, das ist ja so toll. Ah, süß. Iconic. Iconic. Ah, nee, iconic. Ich verliere mich in den Wahnsinn. Ich verliere mich in den Wahnsinn. Oh, oh, nochmal ein Umswitch. Oh, das ist bei ihm auch immer so interessant. So, du weißt erstmal überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Also, keine Ahnung, es ist nie, also, zumindest so die Sachen, die ich über Reakt hab, es ist meistens kein, kein ganzer Song, sondern er hat so voll viele Umswitches. Und das macht das Hörerlebnis halt super interessant. Und ich finde das super cool, so, weil, keine Ahnung, ich hätte jetzt einfach damit gerechnet, dass jetzt hier einfach nochmal hoch vom Anfang kommt. Aber dass er jetzt halt nochmal so einen, so einen kompletten Umswitch hat, ist schon sehr geil. Und sehr geile Schuhe. Ey, wirklich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass es jetzt in sowas umswitcht, so einen, das ist schon sehr geil. Wenn ich sage, ich sei crazy, mein ich's all the way. Manchmal bin ich nicht ich selber, so wie Norman Bates. Manchmal halte ich mich bedeckt hinter meinem Pokerface. Kämpfe mit den Tränen und sage, ich auch noch K. Manchmal habe ich ein großes Maul wie ein Kettenhund. Tote mich aus wie im Märchenbuch ohne Pause und lerne dazu. Manchmal kippe ich es haltet, wenn ich struggle. Manchmal platze ich, manchmal hänge ich tagelang im fucking Tunnel. Manchmal bin ich die Lösung und manchmal bin ich das Problem. Manchmal denke ich Dinge, die will ich in Lyrics nicht erzählen. Manchmal will ich die Welt beherrschen wie Pinky and the Brain. Und an anderen Tagen sitze ich da und finde alles lame. Wenn ich miss oder verflucht, steck dich fest. Was hat der am Arm? Hat der irgendwas? Oder ist das Drip? Ich schätze, es ist kein Drip. Aber was hat der? Es sind doch bestimmt unter euch Leute, die alles über TJ Beespoil wissen. Und die hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben. Let me know, was abgeht. Okay, nein, das ist keine Fashion. Ähm, was hat der? Ist alles cool? Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass er das so embracet und nochmal zeigt. Also, was auch immer er hat. Auf jeden Fall gute Besserung. I don't know. Ich weiß es ja nicht. Ähm, aber auf jeden Fall cool, dass er das so zeigt. Weil ich glaube, viele Leute haben auch zu strugglen damit, wenn sie irgendwas haben. So, Krankheit, Tashnitz und vielleicht sowas tragen müssen, sich damit irgendwie zu zeigen. Das anderen zu zeigen, so. Und deswegen ist es schon cool, wenn da so ein großes Vorbild etwas ja ist. Er hat ja echt riesen Reichweite, da irgendwie sich einfach so zeigt. Und zeigt so, yo, that's alright, that's okay. So, I'm eyed with that. Ich finde das Color Grading in der Szene hier gerade voll schön. So, dieses Rot sieht unglaublich toll aus. War auf jeden Fall voll die geilen Songs. Das sind ja jetzt zwei Songs, I guess. Ähm, dann hätte ich vielleicht auch mit einem Umschwisch rechnen können. Schlau. Äh, nee, aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, dass man so, man hat erstmal hier so diesen übelst catchy Part. Dann halt so voll durchgerappt, durchgefloat, wo René ja ein Meister ist. Und dann halt am Ende nochmal so dieses total melodische, den melodischen Gesang. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall nice. Das, äh, würde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, denke ich. Video war auf jeden Fall auch sweet. So, ich fand, äh, die ganzen Outfits sehr geil. So, die ganzen Effekte waren auch ziemlich lustig. Und, äh, die Szene fand ich irgendwie, die fand ich irgendwie besonders funny. So, und, ja, also alles in allem. Sehr geile Sache. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch noch nie irgendwas von ihm gesehen, wo ich mir gesagt habe, so, nee, das ist totes Ass. Also, ich höre es halt einfach nur nicht so was, keine Ahnung, ist halt irgendwie nicht so, so ganz, ganz meine Musik im Moment. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder eine TJ Beast Boy Phase, man weiß es ja nicht. Aber, ja, enttäuschen tut er nicht. Und damit würde ich jetzt sagen, was ist mit diesem Video? Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Song, den Songs, äh, TJ Beast Boy, mir, whatever in den Kommentaren. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne, was, äh, mit dem Beastie Boy los ist. Was für eine, was für ein, was, was da abgeht, äh, ob es ihm gut geht. Und, ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, aber ciao. Ciao.